Regato starten. So, jetzt. Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Sitten im Wild. Ungesicherte Pfiffslieferung entdeckt. Wir laden ab! Hier Sparrow 6. Erreichen Positionen in unter einer Minute. Ey, wer könnte jetzt gehen zu mir dran? Warno, heid Kräfte näher an sich. Ja. Such, meine Schronen, such! Oh, ich bin tot. Wo bist du eigentlich? Ich hab keinen Plan, wo du bist. Achso, da. Warno, Feindkraft näher an sich. Äh, geil, Feindkraft näher an sich. Ach, da ist das. Oh, da ist das. Oh, da ist das. Oh, da ist das. Warno, Feindkraft, Warno! Wir haben jeder hier! initautentattd Mein Team ist so scheiße, mein Team ist so scheiße, ich hasse mein Team, ich hasse mein Team, ich hasse es, ich hasse mein Team, weil die nichts können. Aber das steht jetzt sowas nicht eigentlich, aber wir wussten ja, der hier hinten ist. Mein Kopf, ich wusste, scheiß Nacht eigentlich. Oh, die laufen super geil für dieses Mal Nacht haben. 133, 133, 133 Schuss abfeuern, das ist mal gefeuert. Die sind durch die Hölle gegangen. Jetzt meine Waffe dann ein bisschen nachlaufen. Alter, what the fuck, von wo? Von wo? Ich verstehe nur von wo. Ey, warte mal. Alter, wir suchen ja. Ey, du kannst ja nicht mit dem Tausch, du hast keine Ahnung. Hammer, jetzt gehts wohl. Oh, da, krass mich. Das ist doch der Hammer. Und da ist was blaues, da ist was blaues, da ist was blaues, ich glaub, ich will blaues. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Habst du Schiff da drüben? Feuer da drüben! Oh mein Gott! Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Wo, wo, wo? Wo, wo, wo? Die sind durch die Hölle gegangen. Hier ist Barrow 6, over. Wir sind vor Ort und passen auf. Hinter dir. Quasi hinter dir. Oder fucker! Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Was ist das denn? Worüber freust du dich überhaupt? Du hast gar nichts gemacht, Alter. Das ist ja wie nur so Alibi hier. Oder fucker! So, jetzt. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Ah ja, Richtung. Alles Glück der Wild da draußen. Ah ja, okay. So, Richtung Queens. Toll mal gucken, wie schwer das wird. Äh, wieso fast da? Da hat er gesagt, wir teilen! Jede nicht autorisierte Person in diesem Viertel wird als feindlicher Kompatant gewertet und entsprechend behandelt. Dies war eine öffentliche Sicherheitsmitteilung des Last Man Battalion. Äh, wie auch so. Ist irgendwie sehr, sehr strange. Äh, Queens Tunnel Lager. Hören Sie, Agent. Sie haben drei Ziele und keines davon ist leicht zu erreichen. 1, legen Sie die Konzentrale lang. 2, schalten Sie das Taktikzentrum aus. Alter, wie geil ist das denn? 3, benehmen Sie das Waffenlager vor Ort. Ich brauche die Waffen für meine Leute. Ich brauche die Waffe, meine Leute. An die Arbeit. Warte, ja, ich versuch's gerade. Wie geil ist das denn? Der ist motherfuckers vorhin hinter dem LKW. Äh, warte mal. Ich bin tot. Oooo Ich hab hier noch das Scheiß drinish eurem Kaufen. Alter, ich bin wieder Tau. Ne, 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 ne. Soll ich kurz heilen. die habe ich schon in aktion gesehen echt schlimm wenn das ding als feind erkennt vom boden gekratzt werden ich krieg das geschütz weg scharfschützung oh mein Gott was auch, was auch, was auch ich habe es nicht gemischt, ich mache es nicht ... ... ... So, wie kommen wir hier? Keine Ahnung, warte mal. Äh, mehr oder weniger, ne? Ja, super. Ey, gibt's irgendwo ne Motionskiste? Okay, wie komm ich jetzt hier wieder runter? Wie komm Papa jetzt hier runter? Ja, jetzt ist das ja gar nicht gelohnt. AHHHHH! Feuer nach Belieben! Gezies, Legen! Bleibt in Formation! Motherfuck, ich hab gedacht, ich hole dich noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schön. Er ist sowieso fast down. Ah, Alter, das zieht irgendwie ganz voll, Alter. So mit Hot Set und darüber noch die Kopfhörer, das zieht ein bisschen. Was denn? Das ist geil, die Steuerung am Person, ne? Aber was denn? Das L๋ ist viel Ehrein das nehmen können, will man seinen Nachbereich unfいく und darüber reagieren. Ich will einen LKB machen. Das LNEstudio hätten wir jetzt ausoured�machen. Wie kann man ihnen stehen? Ich bin hinter. Du hast dann einfach ein LKB im Hintergrund. ihr gps sagt sie sind ganz nah an der komzentrale passen sie auch dass man sie nicht zu früh bemerkt ist hier keine hier war doch gerade einer hast du ihn schon weg holt oder was was passiert jetzt wahrscheinlich sind auch ein paar wartungstypen ausgestattet das lmb hat bei der ausrüstung seiner leute nicht gespart ich versuche mal hier unten was zu reißen ab da sind die ich hab hier wo die sind ich hab gedacht die wären in dieser werkstatt drin ja ich bin down gegangen ich hab gedacht die wären in dieser werkstatt ich will da reingehen ich bin grad nicht mehr ich hab mich so gewundert als mir alles geschrieben hat um 8 uhr morgens es gab keine frühstück also ich habe gar nicht darauf reagiert jetzt bist du gefickt was ist passiert er schreibt mir ja du musst frühstück macht nicht so leck mich doch was soll noch am samstag was passiert wo bist du ja ok muss jetzt mal die treppen wieder hoch ok muss jetzt mal die treppen wieder hoch was 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 wo 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 kann ich da irgendwie kann ich irgendwas über der werkstatt hier regeln ne ne ja ich packe einfach mal die hier kriegen wir das irgendwo rum da oben geht die party ab oder was ja ja bei mir auch ko ko ich kann mal hier raus scheiße da röffnet das feuer tango hat die deckung verlassen ach du miese warte 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 du solltest nicht von der deckung lösen was soll denn das Was ist denn das hier? Oh, sehr gut, endlich. Finally it happened to me. So, wo müssen wir hin? Was soll denn das hier sein? Wieso kann ich das Ding hier nicht benutzen? Wie behindert ist das denn? Wieso kann ich das hier nicht benutzen? Ich weiß, hab ich schon gesehen. Ich weiß, ich hab's über die Namys mal angeschaut. Ich weiß, was wurde denn da durchgekommen eigentlich. Laut Planung. Ich hab mich mal gespannt, was Places schon virtuellen Reader zieht kann, hab ich gesagt. Ich hab den Scheiß immer vorgestellt. Nach dem 399. 399% 399. Bei Amazon war ja von 15 Sekunden ausverkauft. Ich seh mich mal um. Dumm 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 dumm. Egal. Du kleiner Motherfucker. Ich hätte das besser taktieren müssen. Ich weiß, die KI ab und zu kann man irgendwie, ab und zu kann die was, ab und zu kann die gar nicht. Ich weiß nicht warum. Die KI ist mega strange hier. Das ist glaube ich gar nicht so schlecht, damit die Server wieder synchron werden. Weil ich habe das Gefühl ab und zu wenn ich drauf bleibe werden die Server asynchronen. So einmal kurz hier runter. Ah der ist mein Midi Pick. Sehr gut. Midi Kit, Midi Kit. Ich bin gespannt, dass es so Star Wars Weltfront für Virtual Reality ist. Kann fast werden. Weiß ich so mega geil so ein TIE-FY. Doch doch soll ja. Da ist schon mal bestätigt, dass das exklusive Virtual Reality kommen soll. Das ist ein neuer Beweis. Ich habe einen neuen Beweis. Oh mein Gott. Hey. Das ist nur eine Kiste. Was soll ich hier drin sein? Mal schauen mal auf. Wer ist denn das denn? Hey. Hier ist doch gar nichts. Also ich sehe dazu. Okay da ist was. Guck mal was hier drin ist. Harte Panzerweste. Ist das besser als das was ich jetzt habe? Glaublich nicht oder? Egal wir plünen dann erstmal. Also ich spiele mal gucken ob das besser ist als das was ich aktuell habe. Da kann ich ja gleich richtig viel zocken oder? Bis 22 Uhr. Bis so ungefähr 22 Uhr. Oh ich auch vielleicht auch irgendwann. Ich weiß nicht. Ich habe schon gepennt. Aber auf einmal rief doch mich an. Das war ja mach mal Kombisch. Die Anlage ist mal wieder ausgefeilt. Scheiß Drecksal. Also jetzt nochmal eine Drohne los. Hast du das alleine ausgefallen? Ich glaube ich habe es gerade voll gegen die Sand. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht. Wir müssen voll gegen die Sand gelaufen. Drohne macht euch. Such. Oh sehr gut. So erstmal hier raus. Scheiße. Hier. Ich hoffe dass ich an mich vorbei bin. Alter. Fuck. Alter wieviel kannst du denn einstecken? Alter wieviel der einstecken kann? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja voller Kugelschlucker. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich habe den einen fast runtergehauen. Quack quack wo bist du? Warum? Was ist hier? Geziel schießen! Schieß die nieder! Geziel es! Nein! Motherfuck! Warte ich noch gerade. Warte ich das Ding warte ich bin gleich. Warte warte. Das Ziel ist völlig frei! Das ist nicht wahr! Ich habe einen LMG Junge. Wolltest du mich verarschen man. Ich kann es auch nicht überlegen. Mit 133 Schuss man. Ich lebe wieder. Ich lebe! Ja geht da. Ok lass hier noch so einer. Warte. Granate fliegt! Scheiße geht in Deckung! Granate! Sei was das war! Keine Granate! Ok ich geh mal kurz raus aus der Deckung. Ok. Hier war irgendwo Munition. Ja. Ganz. Ganz. Der ist ganz rechts angeblich. Jetzt ist er bei mir rechts in der Ecke. Geh mal kurz dahin. Ist der gar nichts mehr? Ne. Der ist gar nichts mehr. Ja ja. Das Spiel ist noch richtig buggy. Können wir erzählen was ihr wollt. Das Spiel ist zwar geil. Es ist noch richtig buggy. Und da sieht ja auch momentan die Testwerte nach unten. Aber richtig. Da. Was ist denn der mahle? Monsters? Wo ist das? Muss das? Muss das? Yer! Moin! Wohin! Ich hab auch einen Bugs an die lem. Also da. Keine Ahnung. Bei mir ist das immer ein Ventas voll. Okay, was ist das? Was ist das für seltene? Okay, eine angewiesen Falle jetzt hinter mir. Ich check grad gar nicht. Das ist das Problem, was wir im Spiel haben. Ich check grad gar nicht, was ich jetzt mache. Ich muss erstmal hier nachladen. Okay, folgendes. Sie sind jetzt am Waffendepot. Sobald Sie die Tür eintreten, sind Sie auf sich allein gestellt, bis ich Verstärkung schicken kann. Also passen Sie gut auf, denn es wird ziemlich heiß hergehen. Oh mein Gott! Ich hab da voll rein. Kontakt! Schnappt ihn euch! Wen haben sie gesehen? Hier die Drohne fliegt. Alter, leck mich halt. Warte mal, ich geh mal hinter der Motionsküste. Was war das? Was? Wie kann der mich downholen, sagen wir mal? How in the world is this fucking possible? Warte, Alter, wo schweilte? Das Ding, wie der 30 Meter weiß. Egal, ich hab schon. Ich wär trotzdem beschossen. Wie kann der mich beschießen, wenn ich... Warte, ich... Ja, ich hab mich erstmal selber. Danke. Wo ist hier einer? Ach, da oben ist der. Warte mal, komm ich da irgendwie dran? Ich kann, aber ich versuch hier erstmal zurück zu bekommen. Ja, so komm ich da hoch, alles klar. Äh, wieso komm ich da jetzt nicht hoch? Hä? Hä? Ey, ich bin da vorne hoch. Ja, bin ich doch gerade gegangen. Ey, komm doch nicht hoch. Ach so. Ey, egal, bleib du mal so. Nein, lass doch nicht jetzt! Nein! Äh... Ich bin gleich hochgegangen. Warnung! Feinde im Anmarsch! Das Spiel ist quasi wie GTA 5. Gegnerwellen, 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 Gegnerwellen. Das basiert... Das basiert quasi auf GTA 5. Gute Nachrichten. Verstärkung ist zu Ihnen unterwegs. Sie haben den ersten Turm passiert und drücken schnell vor. Ja! Jo! Jo! Weil der Weg zu mich down geholt hat. Ah ja, stimmt. Keine Neustartzone. Ähm... Zu spät. Nein, ich bin zu... Ich bin down and out. Äh... Okay... Äh... Oh, die geht jetzt nicht rein. Oh, der ist gar nicht zu sein. Motherfucker! Nein, Motherfucker! Geht doch! Wer du? So, der ist schon mal... Oh, nein. Ich hab das gemacht, oh... Verstanden! Ihre Verstärkung hat eben die Hälfte des Tunnes passiert. Oh, kleiner Minder. Wieso geht der nicht in die Deckung? Was soll ich mit grünen Scheiße machen? Warnung! Weitere Feinde unterwegs! Lasst keinen durch! Lass mich hier durch! Schau mal unten, ich geh nach oben! Halten Sie durch, die Verstärkung ist gleich da! Alter, was ist das denn? Ey, wieso brennt bei mir alles? Oh, ich bin da! Ich sah es perfekt, aber irgendwie brennt alles! Weil mir hat alles gebrannt, ich konnte nichts mehr machen! Kontrolle bewahren bis JTF eintrifft! Zehn! Neun! Acht! Halt, JTF! Das war ganz gut, Alter! Könnte sich bis das Feuer auf sich lenken! So einfach, was. JTF! Tampere! Zuf! Ich bin wieder da! Ich bin wieder, ich leb 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 오른! Ich leb 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 leb! Ich bin wieder down. Ok, noch nicht. Ich bin wieder down. Diese Scheisschrotwender, die Waffe muss krass sein. Das ist glaube ich die... Warte, wie hieß die Scheisswaffe nochmal bei Star Wars? Wie hieß diese geile Waffe, die one hit instant killed? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist glaube ich auch so überfordert. Warte mal hier. Schluck erstmal das. So, schluck das. Oh, Alter. Wie kann er mich denn treffen, wenn ich an der Wand bin? Ich verstehe das, ich will doch nicht. Äh, Mami, ich bin down and out. Was machst du grad bei mir? Ich hab keine Ahnung was du grad bei mir gemacht hast. So, ich muss hier mal rehabilitieren. Bitte befolgen Sie alle Aufwaderungen im Laden, wenn wir sterben. Wieso musst du denn nachladen, du stehendes Kopf? Sehr gut. Ja. 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 Die JTF dürfte von den erbeuteten Waffen noch lange zehren. Du wirst gemacht. Sie haben diesen LMB-Schwachköpfen mächtig eingeheizt. Machen Sie weiter, dann gehen Sie unter. Ja. Ich bin Level 21. Yeah. Also gut, wir sichern die Umgebung und zwar Pronto. Transport, ich brauche eine Aufstellung aller Geschöße hier und eine Prioritätenliste für den Abtransport. Sir. Alle anderen sichern die Umgebung. So. Das nehmen wir mit. So, was machen wir denn jetzt? Es ist sicher. Verschmeißen. Ich hab schon 51 Teile bei mir. Ist bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Warte. Aber ich kann mal aktuell nichts mitnehmen. Ich muss jetzt mal was... Das ist unwichtig. Das ist... Aber was ist denn das bei dir? Ich hab jetzt gerade ein paar Dosen oder was? Mach ich auch. Aber es sind glaube ich fünf Stück, die gerade vor mir liegen. Soviel kann ich gerade... Wir haben den Jackpot Agent. Ich hab Aufnahmen von Blizz persönlich. Ich hab Aufnahmen von Blizz persönlich. Irgendein Propagandazeugt. Der Kerl hört sich gerne reden. Was für eine Ahnung. Das ist ein Arschloch. Sehen Sie sich an. So, reicht das? Das reicht perfekt. Noll. So, das reicht. Alter, noll. Was ist links bei mir gerade ab? Bei mir steht Carlos wird gestorben, wiederbelebt. Carlos wird gestorben, wiederbelebt. Wieso? Wieso nicht so? Wie lange geht nicht? Ey, die Folge ist schon nach 20 Minuten. Also ich mach mal hier einen Break jetzt. Liebe Leute, mach mal hier mal einen Folgen. Wir sind schon schon bis zum nächsten Part von der Division. Bis dahin.